Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Blumenladen Sonnenscheinen der Paulinenstraße. Kreativfloristik für alle Anlässe. Gegen 10 Uhr versammelten sich in Blankenhain die Wanderfreunde und wollten aufbrechen zur Hubertus-Hütte, um mit auf Goethes Spuren zu wandeln. Unsere Wandergruppe macht das jedes Jahr. Wir waren vergangenes Jahr schon dabei und wir wandern jeden Sonntag und haben uns das diesmal für heute wieder ausgewählt. Ich habe das eine Jahr alleine gelaufen, habe ich mal auf Zeit gelaufen, habe ich es in drei Stunden geschafft. Und wie geht es dann zurück? Mit dem Bus. Auch mit dabei Wanderführer Ludwig Schmidt, auch wenn es für ihn das letzte Mal war. Weil wir jetzt schon mit 71, da ist das für mich dann auch schon anstrengend und deswegen ist das das letzte Tour. Ich habe das extra noch einmal auf Bitten von der Stadtverwaltung gemacht und mache ansonsten nur noch Wanderleiter mit kleineren Touren. Zu den rund 200 Startern aus Weimar sollten im Laufe des Vormittags weitere Wanderer, unter anderem aus Bad Berger und Blankenhain hinzukommen. Wanderführer Schmidt eröffnete die Wanderung mit einem eigens geschriebenen Gedicht und gegen Viertelelf machte sich die Gruppe auf den Weg. Kurze Zeit später kommen die ersten Weimarer Starter bereits in Saalborn an und die meisten unter ihnen sind nicht das erste Mal dabei. Mir gefällt es gut, ich mache das immer gerne mit. Ja, jedes Mal. Ich bin alter Laufbursche. Hat das wie viele Mal sind Sie jetzt dabei? Ja, das fünfte, sechste Mal. Ich habe 25 Mal Rennsteiglauf immer mitgemacht und seit ich 70 bin, statt des Rennsteiglaufes laufe ich jetzt. Das ist das fünfte Mal jetzt. Und auch die moderne Technik hat beim Wandern Einzug gehalten, so zwitschert dieser holländische Wanderfreund live ins Internet. Ich schreibe jetzt auf Twitter, dass ich jetzt hier bei der zweiten Haltenstelle war für den zweiten Stempel in Saalborn. Gebe das dann noch ein, sodass die Leute, die mich folgen, also meine Follower, sehen, wo ich bin. Nur einen Steinwurf entfernt. Im Dammersgrund traf man einen alten Bekannten. Johann Wolfgang von Goethe. Immer gern zu einem Foto bereit, informierte die Wandersleut über seinen Weg nach Großkochberg. Halbzeit dann an der Hubertus-Hütte nahe Blankenhain. Hier gab es den vierten von acht Stempeln und die erste große Raststelle. Zur Musik der Blechbläser aus Teichel ließen es sich die Wanderer auf Goethes Spuren schmecken. Ob eigenes Brot oder Goethes Original-Kartoffelsalat mit Wienern oder einfach nur ein Glas Maibohle, nach dem Rezept von Adele Schopenhauer. Es war eine gesellige Runde und es herrschte Freude über die geschaffte erste Hälfte des Weges. Doch wie ist eigentlich Goethe selbst zu seiner Zeit unterwegs gewesen? Nun, da selbst kam es auf die Umstände an. Entweder mit der Kutsche zu Pferde oder aber auch zu Fuße. Wobei sich da natürlich die Zeiten erheblich unterschieden haben. Zu Fuße brauchte ich grundsätzlich vier Stunden, da die Liebe mich ja beflügelt hatte, so schnell wie möglich dorthin zu gelangen. Auch die Liebe, aber die Liebe zum Wandern zog alle weiter gen Großkochberg. Vorher mussten aber noch weitere drei Stempel gesammelt werden, bevor der finale achte hinzu kam. Auch der Wanderführer Heinz Luger erkundete nicht zum ersten Mal Goethes Pfad und unterhielt unterwegs seine Truppe mit bekannten Liedern. Auf du junger Wandersmann, jetzt so kommt die Zeit heran. Die Wanderzeit, die gibt uns Freude. Wollen uns auf die Fahrt begeben, das ist unser schönstes Leben. Große Wasser, Berg und Tal anzuschauen überall. Einen weiteren Stempel und damit Stempel Nummer 5 gab es in Kekkes Wanderhütte in Hochdorf. Und was sicherlich die wenigsten wussten, Inhaber Ralf Kekkeks selbst hat es 2007 einmal ausprobiert, Goethes Zeit von Weimar nach Großkochberg zu schlagen. Der normale gemütliche Wanderer, der läuft vor sich hin und der sucht dann auch noch das Schild, wo es weitergeht. Aber kurz vor Luisenturm hätte noch ein kleiner Hinweis sein müssen, dass ich da schon rechts ab hätte gehen müssen. So hat er dann doch 22 Minuten länger als Goethe gebraucht. Etwa eine Stunde mehr hat der zweite dieses Mal gebraucht, um von Weimar nach Großkochberg zu kommen. Naja, mit Pausen 5,5 Stunden. 5,5 Stunden etwas langsamer als Goethe. Was sagen Sie denn so Goethes Zeit? Ist die überhaupt schaffbar? Also ich achte den Goethe sehr, aber als Dichter, als Wanderer scheint mir das so in das Reich der Fabeln zu gehören, diese Zeit. Richtig anstrengend war es für den holländischen Wanderfreund. Er hat sich aber schon etwas ausgedacht. Es tut gut. Ich fühle mich jetzt gut. Es war schwer. Blankenhain hoch war sehr schwer. Und ich möchte eigentlich die ganze Goethe-Wanderung mal in ein anderes Gebiet verlegen. Wenn Sie das mal nach Holland bringen würden, da ist es flach. Da machen wir die 28 Kilometer lachend. Froh es geschafft zu haben, waren sicherlich alle an diesem Maisamstag. Gesellig verblieben viele Wanderfreunde noch bei Bratwurst und erfrischenden Getränken im Schloss Großkochberg. Und wer weiß, vielleicht hat sich der ein oder andere bereits mit dem Gedanken angefreundet, am 7. Mai 2011 wieder dabei zu sein. Aber überlassen wir jetzt die Schlussworte dem großen Dichter und Denker Johann Wolfgang von Goethe. Also ich habe eine hochmotivierte Wandertruppe erlebt, die mit viel Freude an die ganze Sache herangegangen ist. Die Durchführung war sehr gut organisiert. Überall war alles vorbereitet. Man hat immer nur Wanderer mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen gesehen. Meine Person ist immer gut aufgenommen worden. Und ich kann sagen, es war ein voller Erfolg. Wenn man heute hier hineinschaut und sieht, wie zufrieden die Leute sind, dann kann man sagen, es war ein gelungener Tag.